Servus aus dem Herzen Wiens. Ganz herzlich willkommen im Steffel, wie die Wienerinnen und Wiener ihre Wahrzeichen liebevoll nennen. Ich stehe hier mitten in der stimmungsvollen Kulisse für das erste Weihnachtskonzert aus dem Stephansdom. Im Vorfeld haben wir gezittert und gehofft, ob das Konzert pandemiebedingt auch tatsächlich stattfinden kann. Und es hat geklappt. Ein Wunsch ans Christkind geht also jetzt quasi schon in Erfüllung. Ganz besonders freuen wir uns, dass das Konzert heute mit Publikum stattfinden kann. Die Bankreihen, die Sitzreihen hier in der Kirche, die füllen sich also schon immer mehr. Zu hören sind heute weltbekannte weihnachtliche Kompositionen, gespielt von den Wiener Symphonikern und gesungen von den Wiener Sängerknaben und erstklassigen Solisten. Die Sängerknaben machen sich jetzt gerade bereit für ihren großen Auftritt. Zwei der Burschen haben sich für uns aber nochmal Zeit genommen. Die Sängerknaben sind eine Institution des Wiener Musiklebens und sie blicken auf eine bereits über 500 Jahre alte Geschichte zurück. Mit dem Stephansdom verbindet sie auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Bereits im Jahr 1515 haben die Sängerknaben hier als kaiserlicher Chor Hochzeiten der Habsburger begleitet. 1945 haben sie dann für den zerstörten Dom gesungen, um Spenden für dessen Wiederaufbau zu sammeln. Zwei der Wiener Sängerknaben, die heute auftreten, haben sich noch für uns Zeit genommen. Ich freue mich sehr. Hallo Musti, hallo Gabriel, danke, dass ich euch noch ein paar Fragen stellen darf. Sagt mal, jetzt geht's gleich los. Wie groß ist denn gerade die Aufregung bei euch, Musti? Ich bin schon sehr aufgeregt. Ja, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich toll an, weil ganz viele verschiedene Eindrücke bei dir sind. Gabriel, du hast ja hier schon im Stephansdom gesungen. Wie ist die Aufregung bei dir gerade? Noch immer ziemlich groß, weil es ist ja nicht so oft, dass man im Stephansdom singt. Normalerweise habt ihr ja sehr viele Auftritte im Kalender stehen. Pandemie bedingt konntet ihr heuer nicht so viel öffentlich singen. Was bedeutet euch denn dieser Abend hier, wo das Konzert tatsächlich stattfinden kann? Sehr viel, weil wegen Corona halt nicht so viele Auftritte. Kommt deine Familie heute zum Zuschauen? Ja, schon. Oh, dann ist das ganz besonders aufregend. Wie ist das bei dir, Musti? Meine Familie schaut sich das daheim an. Sehr gut, deshalb zeichnen wir es heute dann auch auf, ganz genau. Verratet ihr mir, wie viele Proben und Üben stecken denn in diesem Weihnachtskonzert? Im Normalfall proben wir in der Schule zwei Stunden am Tag und dann kommen wir auch noch mal ein bis zwei Stunden dazu. Da seid ihr sehr, sehr fleißig. Und sagt mal ihr zwei, bald ist es ja so, weiter kommt das Christkind. Was wünscht ihr euch denn? Ja, ein Corona-freier, Tourneen und so weiter. Ja, das wünschen wir uns alle und du, Musti? Ich würde mir mal wünschen, endlich mal auf Tournee zu fahren und ein Longboard. Dann hoffe ich sehr, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank, dass ihr euch noch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch toi, toi, toi und viel Freude beim Konzert. Die Wiener Sängerknaben, die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Dirigent David Affkam und der Männerchor Vienensis, in dem nur ehemalige Sängerknaben singen, die machen sich jetzt gerade bereit für ihre Auftritte. Den feierlichen Auftakt macht ein Auszug aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, eines der beliebtesten und am häufigsten gespielten Werke dieses Komponisten. Es handelt von der Geburt Jesu Christi im Stall zu Bethlehem. Und Sie hören es jetzt im Wiener Stephansdom. Ganz viel Freude mit Jauchzet Frohlocket. Applaus Applaus Die Wiener Stephans 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dabei hat er auch zahlreiche religiöse Werke geschrieben. Eines der schönsten Beispiele seiner Kunst ist das Sanctus aus der Zizilienmesse. Elegante Harmonien und anmutige Melodien zu Ehren Gottes. Erleben Sie neben Tenor Mauro Peter die Wiener Sängerknaben und den Chorus Vienensis. Sanctus 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 Dominus Sanctus 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 Dio salamut. Schöne, Schöne, Eterra, gloria cura. Plenis und Schöne, Schöne, Eterra, plenis und gloria cura. Plenis und, plenis und gloria cura. Plenis und Schöne, 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 Schöne. Plenis und Schöne, Schöne, Eterra, gloria cura. Musik ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020